hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem kanal bei miga caravan aus den gespül hier mal wieder ein kleines abend video und ein kleines info video was man wieder alles so anstellen und machen unter anderem verbauen wir gerade eine zuziehhilfe in einem tournee dann rüsten wir gerade einen verkauften tournee um und wir verbauen gerade eine cinderella toilette in einen concord liner da nehme ich euch jetzt einfach mal auf die hand und wir verschwinden mal in die werkstatt und schauen uns das mal näher an würde ich sagen also auf geht's so hier sind wir beim tournee ihr seht dass man die zuziehhilfe natürlich noch nicht verbaut haben ich möchte euch nur kurz zeigen die wird hier dann nachträglich eingebaut und wie wir das im detail machen da wenn wir dann nur video darüber machen damit ihr mal seht wie die funktioniert und warum man eine zuziehhilfe nachträglich ohne probleme einrüsten kann und was das eigentlich auch für einen sinn macht weil ich muss sagen ich war am anfang auch ein bisschen skeptisch weil wenn man hier so die tür zu macht geht aber es knallt halt schon und wenn man nachts auf einen campingplatz geht und dann reicht es wirklich wenn man die nur hier zack so anlegt und dann wird die schon richtig zugezogen aber wie gesagt da zeige ich euch dann näheres wenn es soweit ist und wenn wir die gar einbauen und hier in dem tournee haben wir dann noch ein schönes soundsystem verbaut aber das kennt ihr ja das habe ich euch ja schon mal gezeigt wie wir das machen und ja da kommen wir dann noch näher drauf wenn das auto in der vollendung ist da komme ich dann noch mal zurück auf das team hier sind wir bei unserem tournee 640 der wird jetzt gerade fertig gemacht und umgerüstet für unseren kunden das heißt er kriegt 200 amperestunden lithium und der kriegt nur etliches andere verbaut da sind wir gerade mächtig dran und bereiten das fahrzeug eben vor damit man dann den kunden das sauber und ordentlich übergeben kann ihr seht dass hier schon alles abgelebt ist da haben wir heute angefangen schon die ersten kabel hier raus gezogen das fach wird um konstruiert aber da zeige ich euch dann auch mehr wenn soweit ist aber auch daran arbeiten wir gerade aktuell und sind da richtig emsig dabei dann haben wir einen kleinen notfall gehabt da hat sich ein kunde von uns hier die satellitenschüssel leider vom dach gerissen ja da ist er wohl wohl hängen geblieben hier sieht man nur die spuren ja auch das müssen wir machen die mussten wir dann schnell notdürftig entfernen damit der kunde fahren kann und das dach wieder so präparieren damit das fahrzeug fahrbar ist neue schüssel schon bestellt also ich hoffe dass die hier auch bald kommt damit dann der kunde wieder sein wohnmobil hat und damit er ganz normal alles nutzen kann so und jetzt schauen wir mal raus dann nehme ich euch mal auch mit zu unserem liner weil das ist mal ein ganz schickes so hier steht der concorde liner also echt ein tolles fahrzeug auf immer ein basis also echter tolles fahrzeug macht richtig spaß ihr seht das ist echt geile karre muss man schon fast sagen im alkofen oben mit alkofen noch und da schauen wir jetzt mal miteinander rein natürlich hier mit türschloss also mit mit zahlencode das ganze und jetzt gucken wir mal zack 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 kleinen moment und schon werde es licht rucks mal schnell hier alles anschmeißen so jetzt haben wir das licht eingeschalten das fahrzeug war vorher schon beim wcs da wurde ein wechselrichter ladebooster akku und alles mögliche verbaut also echt ein tolles tolles gerät bitte nicht wundern wir haben jetzt da oben in alkofen die ganzen polster rein hier gibt man den durchgang durchs fahrzeug weil wir hier natürlich vieles umgebaut haben hier hat der kunde zusätzlich steckdosen bekommen hier hat der kunde zusätzlich steckdosen bekommen dann haben wir hier außen hatte die auch schon jawohl hier haben wir auch zusätzlich eine steckdose verbaut hier wo mein finger sieht man jetzt ein wenig schlecht hier im fahrer haus ist natürlich dunkel dann haben wir hinten noch zusätzlich steckdosen verbaut und darum haben wir hier auch fein säuberlich alles abgedeckt den tisch abgedeckt den boden abgedeckt damit hier wirklich nichts passiert das ist uns immer ganz ganz wichtig da muss wirklich aktivisch gearbeitet werden hier sehen wir die küche da liegen natürlich noch bretter rum weil wir hier natürlich auch noch eine tata sind da reller verbrennungstoilette verbauen und ja das ist natürlich immer echt dabei immer wieder gefragt ja warum ist es so teuer der einbau warum kostet er so viel geld ich kann es euch sagen ihr seht jetzt hier drum absichtlich mal in einem noch nicht fertig eingebauten zustand wir sind hier dran die toilette wird platziert dann müssen wir hier vorher war ja hier ein brett drumrum eine abkastung weil er die alte toilette noch dran war und jetzt muss man das ganze abändern das heißt ihr seht wir müssen hier das holz abmachen wir müssen den kamin ändern wir müssen hier den den schrank raus bauen weil der kamin der muss ja hier durchs dach raus geführt werden dann muss das hier alles wieder verblendet werden dann müssen wir hier eine abkastung bauen aus holz natürlich wird das alles aus kirschbaum gemacht muss man hier wieder eine saubere abkastung bauen damit es dann sauber wieder ordentlich ausschaut und dann dass die die bretter hier hier liegen sie die da raus gemacht worden sind wieder sauber eingefügt werden und damit es danach so ausschaut als ob das eben serienmäßig so gehört wir machen wir machen hier natürlich weil das alles sehr individuell ist so schienen mit schienen schablonen für den einbau damit wir die im sauber anpassen können für wo ist jetzt zum beispiel die schablone daraus richten wir dann unser richtiges holz die kommen dann hier so ran natürlich hier hinter rucks und dann wird hier so angepasst ihr seht damit es alles sauber hand und fuß hat wird es eben sauber richtig es muss einfach danach alles passen ich meine wir sprechen hier ja von einem concord liner der kostet bei euro da muss das alles passen einfach passen der kunde muss zufrieden sein dann der möbelbau wahnsinn durchbruch durchs dach verkleidungen dann muss der ganze gasanschluss neu verlegt werden also das heißt hier in der ecke haben wir ja kein gas also müssen wir jetzt von durch das halbe wohnmobil neue gasleitungen legen und 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 das dauert natürlich das sind stunden und stunden und stunden ja und das macht halt den einbau doch dann manchmal etwas komplizierter aber es ist ein traum so eine toilette zu ahmen weil man nichts mehr entleeren muss man muss einfach keinen fekalientank mehr ausleeren einfach habe es euch ja schon mal gezeigt unten dann die asche die restasche raus und die könnte in die prärie kippen dann ist das überhaupt kein thema und dann funktioniert es also echte tolle sache ja da sind wir gerade dabei und dann haben wir woops hier hinten nochmal steckdosen verbaut da kommen noch welche dazu beim fernsehen ja und dann kommt hier oben das werden wir morgen gleich machen wie das wetter halt dann reinpasst kommt hier oben dann noch der max van rein da möchte noch einen dazu haben der kunde und dann ist das fahrzeug auch schon wieder fertig also echt ein schönes fahrzeug klar jetzt haben wir ein bisschen eine baustelle darin jetzt kann man das nicht ganz so erkennen aber letztlich ist es schon echt ein toller umbau und so eine verbrennungstoilette finde ich schon ja finde ich schon echt klasse also ich bin nach wie vor der absolute fan davon ja sie hat vor und nachteile klar wie alles ist es auch individuell wie natürlich die person an sich das haben möchte weil jeder mensch auch individuell ist der eine mag mir trockentrenntoiletten der andere sagt ich möchte lieber die glissana die jetzt dann neu auf den markt kommt ab januar wo ich auch sehr begeistert bin von der toilette die auch in mein wohnmobil verbaut werden wird weil ich die austesten möchte und ich bei mir in meinem fahrzeug auch keine verbrennungstoilette reinbringen platztechnisch passt die nicht rein somit muss ich eine andere wahl treffen und ich persönlich bin jetzt kein freund von trockentrenntoiletten aber wie gesagt das in geschmacks richtungen das mag jeder anders handeln und mögen also das ist ja alles kein muss und somit kann sich da natürlich für jeder für jeden gebrauch für jede individualität der richtige die richtige toilette raus die funktion die habe ich ja schon in mehreren videos gezeigt zeigen wir natürlich auch hier wieder wenn der einbau fertig ist ich kann jetzt bloß nicht so hantieren weil das jetzt alles noch im nicht verbauten zustand ist ich wollte es euch nur mal zeigen wie das eben hier ausschaut was hier alles für aufwand dahinter steckt damit es alles ordentlich und sauber dementsprechend verbaut wird und damit es auch nach was ausschaut weil wie gesagt ist ja ein liner aber abgesehen davon soll es natürlich auch in einem nicht liner schön ausschauen aber es muss halt einfach sitzen und passen und muss alles seine ordnung haben und natürlich auch reklamationsfrei funktionieren ja in dem sinn wollte ich euch das einfach nur kurz mitteilen was die woche hier bei uns alles los ist und dann hole ich euch wieder dazu wenn wir unser ast zusatz hilfe zu zuziehhilfe verbauen da machen wir dann auf alle fällen tolles video wie es da ausschaut und ja dann schauen wir mal wieder was die woche drauf so kommt ja das war natürlich oder ist natürlich wieder tolle sache so alleine mit der verbrennungstoilette also ich finde es richtig cool ich freue mich auch schon das endprodukt euch zeigen zu können morgen wenn wir den max van eindoktern oder einbauen damit wir da dann weiter kommen und ja ich freue mich echt riesig darauf das projekt dann weiter zu machen und schauen wir mal wie dann die verbrennungstoilette letztlich funktioniert ast zuziehhilfe wirklich ein ganz tolles produkt da möchte ich dann auf alle fälle ein einzelt detaillierteres video machen von den einzelnen einbauschritten da nehme ich euch auf alle fälle mit auf die reise da freue ich mich auch schon richtig drauf das zu zeigen weil das ist bestimmt auch tolle tolle geschichte vor allem wie die dann letztlich funktioniert habe ich mir in düsseldorf genau angeschaut also echt mega und gerade für so vans mit den riesen türen ein echt tolles feature finde ich ganz toll ja in dem sinn darf ich mich bei euch wieder bedanken ich wünsche euch einen wunderschönen abend bleibt gesund trotzdem sehr hohen inzidenzen und dem ganzen tumult wie es jetzt hier wieder weitergeht weiß letztlich noch keiner trauriges spiel aber ich hoffe ihr kommt alle gut durch und wirklich die ohren steif halten gesund bleiben alles gut der winter ist auch zwar hat er noch nicht richtig angefangen aber ich denke schon wieder positiv der wird auch bald wieder rum gehen und dann können wir wieder fleißig mit unsere wohnmobile draußen rum kutschieren da freue mich schon wieder riesig drauf ja in dem sinn über ein like wie immer freue ich mich natürlich genauso wie über ein abo und eure kommentare die immer mega mega toll sind ganz lieben dank auch dafür und ich freue mich wieder von euch zu lesen also macht es gut ciao 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 und 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 und